Willkommen auf der Saatalks zu einem neuen Unboxing. Ich weiß, in letzter Zeit kommt nicht wirklich viel, aber ich hoffe, dass sich das jetzt die nächsten paar Wochen ändert, spätestens wenn dann die Jinako auch mal rum ist, die übrigens am 23.11. ist. Schont gerne vorbei. Ich verlinke euch mal die Seite in der Videobeschreibung und wie ihr hier schon sehen könnt, zeige ich euch heute das erste Volumen von Angeloid oder Angeloid, je nachdem, beziehungsweise der japanische Titel steht auch noch mit drauf, Sora no Otoshimono. Er scheint hier zu lande bei Nippon Art. Ist jetzt nicht die neueste Serie, aber ich denke mal, dass die Serie auch in Deutschland ihre Fanbase hat. Und ja, das erste Volumen kommt ohne Sammelschub, aber ich glaube, bei den letzten Volumen ist dann wieder ein Sammelschub dabei und auf diesem ersten Volumen befinden sich die Episoden 1 bis 4, gehen insgesamt 100 Minuten und haben das Bildformat 16 zu 9 Full HD. Im deutschen und japanischen ist es beides in Stereo und deutsche Untertitel sind auch mit dabei. Und Extras sind auch mit dabei. Diesmal sind es drei Sticker, ein Wendekover und digital ein Textless Opening und vier Textless Endings. Das heißt dann wohl, dass jede Folge ihr eigenes Ending hat. Gut, dann haben wir hier die erste Disc. Und dann sind das hier wohl schon die Sticker. Sehr schick. Und dann zu guter Letzt noch das Wendekover ohne den 16 FSK-Flatchen. Und das war's auch schon, was es zu zeigen gibt. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.